Scheinheiliges Sportfest. In zwei Wochen beginnen in Baku die ersten Europaspiele. Mit Millionen aus Öl und Gas lockt die Herrscherfamilie Aliev nach Eurovision Song Contest und Formel 1 das nächste große Ereignis nach Aserbaidschan. Denn politische Imagepolitur tut Not. Die Lage der Menschenrechte und der Pressefreiheit ist verheerend. Die Sportverbände kratzt das alles mal wieder wenig. Willkommen in Baku, Aserbaidschan. Kaukasusrepublik am Kaspischen Meer. Zehn Millionen Einwohner. In knapp zwei Wochen hier. Das größte Sportereignis des Jahres. 6000 Athleten, 20 Sportarten, die ersten Europaspiele. Eine Premiere. Größer als Olympische Winterspiele. Willkommen in Baku, Aserbaidschan. Proteste wie beim Eurovision Song Contest 2012 sind nicht zu erwarten. Das Sportfest ist rigoros vorbereitet worden. Wir haben es hier mit einem verbrecherischen Regime zu tun. Einem Regime, das Wahlen fälscht, das die Ressourcen des Landes ausbeutet, das Kritiker verhaftet, das die Redefreiheit und Versammlungsfreiheit verunmöglicht. Und dieses Regime verwendet den Reichtum des Landes, um sich Freundschaften zu kaufen. Präsident Ilcham Aliyev. Er folgte seinem Vater, Herrscher schon zu Sowjetzeiten. Eine Quasi-Monarchie. Nach außen präsentiert Aliyev sein Reich als modernen europäischen Staat. Mit Erfolg. Aserbaidschan. Anerkannt, selbst im Europarat. Eine Organisation, die eigentlich dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet ist. Bei uns herrschen alle Freiheiten. Niemand wird wegen kritischer Meinungen verfolgt. Mehr als 90 Prozent der Bürger sind für mich. Wie die Politik steht auch der Sport gern an der Seite von Aliyev. Der scheiterte mit zwei Olympia-Bewerbungen. Nun soll ihm das neue Spektakel PR verschaffen. Die Europaspiele. Ein Joint Venture. Mit ihm, Patrick Hickey. Der Ihre ist einer der Lenker des Weltsports. Vorstand im Internationalen Olympischen Komitee. Chef des Europäischen Olympischen Komitees. Der Vereinigung aller nationalen Olympia-Komitees in Europa. Bisher unauffällig. Jetzt soll sich das ändern. Die Spiele werden spektakulär. Wir wollen keine Blaupause der Olympischen Spiele sein. Die Zuschauer werden wirklich Freude daran haben. Folklore, die er nicht teilen kann. Emin Mili musste aus Aserbaidschan fliehen. Der Regierungskritiker betreibt in Berlin die Webseite Meydan TV. Der Preis für die Spiele ist hoch. Es gibt rund 100 politische Gefangenen in Aserbaidschan. Einige sind führende Menschenrechtsverteidiger, die dafür bestraft worden sind, dass sie mit internationalen Medien gesprochen haben. Sie sind alle inhaftiert worden, rechtzeitig vor den Europaspielen. Eine von ihnen, Leila Yunus, Historikerin, international renommierte Bürgerrechtlerin, dem Regime schon lange ein Dorn im Auge. Ich bin 60 Jahre alt. Sie folterten mich. Zwei Tage. Warum? Weil ich dokumentiert habe, dass es politische Gefangenen in Aserbaidschan gibt. Aber Präsident Aliyev sagt, es gibt keine. Yunus wurde am 30. Juli 2014 verhaftet. Genau drei Tage, nachdem sie an den EOC-Präsidenten Patrick Hickey einen Brief abgeschickt hatte. Spiele in Baku, ein Missbrauch der olympischen Idee. Es werde Proteste geben gegen das Sportfest in Aserbaidschan, das überzogen sei, mit Blut und Tränen. Weil sie gesundheitliche Probleme hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben wird. Und wir sprechen von 10, 20 Jahren Haft. So will die Regierung eine ihrer Kritikerin bestrafen. Leila Yunus, verhaftet wegen der Spiele. Patrick Hickey hat sich niemals öffentlich zu ihr oder zu anderen Häftlingen geäußert, auch auf Anfrage nicht. Es ist ein Freibrief des Sports für Aliyev. Wenn es dem Regime gelingt, bekannte Menschenrechtler, bekannte Journalisten ins Gefängnis zu werfen und trotzdem die Sportwelt, die politische Welt bei sich zu Gast zu haben und es keine Reaktionen gibt, dann werden die anderen, die versucht sein könnten, sich für diese Werte in Baku einzusetzen, von vornherein die Hoffnungslosigkeit des Ganzen sehen. Das ist die Kalkulation des Regimes. Seht her, es nützt euch nichts, selbst als Menschenrechtler oder Journalist bekannt zu sein in Europa. Wir verhaften euch, wir verurteilen euch und keiner verteidigt euch. Ihr seid allein. Das ist die Botschaft. Der Sport schweigt. Denn in Baku ist was zu holen. Aliyevs Familie besitzt dutzende Firmen. Der Clan genannt die Corleones vom Kaspischen Meer. Aliyev spendiert für seine Spiele allen Teams Reise und Unterkunft. Was das kostet. Das ist Geschäftsgeheimnis und kann nicht offengelegt werden. Die Antwort aus Baku. Öl und Erdgas schmieren Aliyevs Imperium und auch die Europaspiele. Kostenschätzungen fürs Sportfest schwanken zwischen drei und sieben Milliarden Euro. Aliyev und seine Oligarchen kassieren trotzdem. Eine Firma baut Athletendorf, Schießanlage, Schwimmstadion und mehr. Millionenschwere Aufträge. Wem gehört das Unternehmen? Die Spur führt zu Aliyevs erstem Mann für die Europaspiele, zu Azad Rahimov, dem Sportminister. Denn als Chef der Firma firmiert nach Sportinside-Recherchen sein Sohn. Klickenwirtschaft made in Baku. Die Baubranche ist einer der attraktivsten Wirtschaftszweige für Korruption. Die Regierungsmitglieder besitzen Firmen oder registrieren sie im Namen ihrer Kinder. Und dann gewinnen diese Firmen die Aufträge, die sie ausschreiben. Das ist einer der häufigsten Wege, wie Korruption täglich in Aserbaidschan läuft. Und was bringen die Spiele bei den Kleptokraten dem Sport? Knapp sechs Millionen verteilt Hickies Komitee an die Teilnehmerländer. Doch wie viel zahlt Aliyev insgesamt? Olympiafunktionär Hickey bügelt im FIFA-Stil ab. Es ist nicht unsere Politik, Finanzen mit den Medien zu erörtern. Geheime Deals unter Sportfreunden. Ilcham Aliyev gehört als Präsident des aserbaidschanischen NOK schließlich zur olympischen Familie. Und Thomas Bach, der IOC-Präsident, der mit Transparenz und Reform wirbt, sitzt mit im Boot. Er und Dutzende Mitglieder seines angeblich neuen IOC werden Aliyevs Ehrentribüne während der Europaspiele besetzen. Bach ignorierte auch einen an ihn adressierten Appell, sich für die inhaftierte Journalistin Kadisha Ismailova einzusetzen. Sie deckte jahrelang die Vetternwirtschaft des Aliyev-Clans auf. Warum schweigt Bach? Routiniert die Auskunft an Sport in Zeit. Das IOC ist keine Weltregierung und auch kein höchstes Weltparlament. Es ist eine Schande. Das zeigt, welche Werte diese Leute vertreten, das Niveau des moralischen Verfalls. Hierzulande muss Michael Vespa, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, in letzter Zeit auf Podien immer wieder olympische Ideale verteidigen. Er rühmt sich beim Regime in Aserbaidschan, seine Sorge über die Menschenrechtslage formuliert zu haben. Wie und wann? Es ist besser, diese Dinge in internen Gesprächen anzusprechen. Und das ist passiert. Wissen Sie, wir führen diese Gespräche nicht als öffentlichen Show-Act, weil das in der Sache nichts bringt. Für die Show sollen die Sportler sorgen, auch die Deutschen. Medientermin eines der größten Teams für Baku. Dort gelten für alle Mannschaften sogenannte Verhaltensregeln. Politische Äußerungen sollen bei den Europaspielen unterbleiben. Das will auch der DOSB sein. Die Spiele als kritikfreie Zone. Ein Gemeinschaftsprojekt des Sports mit dem zahlungskräftigen Despoten in Baku. Die Tatsache, dass man keine Scham hat vor diesem Geld, dass man sich keine Sorgen macht, dass es hier um Geld von einem verbrecherischen Regime geht. Die Tatsache, dass das Regime zeigt den Europäern und seinen eigenen Leuten, mit Geld lässt sich alles kaufen, lässt sich jede Repression reinwaschen, lässt sich alles legitimieren. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Signal, was von diesen Spielen ausgeht. Willkommen in Baku, Aserbaidschan. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020